so herzlich willkommen zurück mein test folge 242 wir begeben uns hier erst mal auf eine kleine höhlentour ich schätze mal der folge wird das jetzt nicht reichen wir werden wahrscheinlich jetzt noch ist es die donnerstagsfolge die die freitagsfolge ist die donnerstagsfolge können wenn das jetzt auf jeden fall erst mal mindestens zwei folgen brauchen wenn ich nicht mehr brauchen zwei folgen um das ganze bleib zu suchen und wie gesagt ich brauche eine ganze ganze menge bleibt und dann gucken wir mal gucken wir mal wie lange wir damit brauchen ich glaube mal wir werden heute nicht schaffen wir haben gekostet wird er noch mal weiter ob wir das mit der in dieser woche noch schaffen in den letzten drei folgen auch noch drei folgen sind oder ich mich nicht doch und doch nur noch zwei folgen sind die woche unsere erste große höhle könnten bei sowas auch mal jede gesamte höhle ausstatten jetzt überall noch kupfer drin und dies und das und ananas und noch eisen überall das ist so viel kack überall habe ich jetzt überhaupt mehr in metall leer gemacht naja weit es geht könnte besser sein könnte definitiv besser sein kann man sich das jetzt genauer der kann man ja auch schon wieder verkörperchen das ist noch da unten das heißt das heißt es geht noch da unten dass es geht noch nicht Zukunft 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 Da, 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 da kommst du auch rein, ähm, die Geplacement-Tools brauchen wir gar nicht. So, was wir bräuchten, jetzt endlich plus Axt, ne Axt, ne richtig schöne Axt. Wir können uns mal mehrere bauen, weil eine wird auf jeden Fall nicht reichen. Der Bauer vielleicht mal zwei, drei noch, also 20 oder 30 meine ich jetzt natürlich. Äh, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9, 10. So, noch ein paar Stöcker. So, dann kommst du nach da, so nach da, da und alles. Sehr schön, sollte erstmal reichen. Ich hoffe mal, diese fünf Hacken reicht dann etwas länger, ne. Weil, wie gesagt, wir werden dann irgendwann natürlich auch immer reparieren. Wenn ihr jetzt hier, also jetzt nicht alle aufbrauchen, sondern alle immer nur fast aufbrauchen. Aber dann haben wir quasi immer fünf Axte, die wir immer quasi immer reparieren können, ne. Wobei, wie die Garantie doch irgendwann mal wieder in das, äh, in die Lage kommen, dass wir uns nicht wieder komplett aufbrauchen, obwohl ich mal wieder dumm bin und nicht aufpasse. Und dann haben wir gleich ein paar mehr, ne. So, ich würde mal sagen, wir fangen auch gleich mal hier. Was habe ich jetzt gemacht, wie soll ich jetzt runtergepackt? Ich bin nicht bescheuert oder so? Ich hätte mich dumm oder so. Ach, scheiße, ich habe das, egal. Äh, wie gesagt, ne, Kupfer brauchen wir auf jeden Fall auch. Das heißt, ich werde das einfach alles, was wir empfinden, für Kupfer oder sowas finden. Kupfer, Eisen, Blei und, äh, Loll. Und Kohle werden wir einfach mitnehmen. Alles, was wir irgendwie hier auf unserem Weg sehen und finden und findenderweise sehen und sehenderweise finden. So, Zinn eigentlich nicht, wobei, da haben wir auch nicht mehr so viel. Und als Verloten habe ich wieder noch ein bisschen Kupfer gefunden. Warum ist es nicht so dunkel? Ich hatte Dunklerheit. So. Das war meine Fackel. So. So. Das soll jetzt mal passen. Nein. Der lässt mich nach oben. Da war Kupfer. Los. Da habe ich extra die Tür gemacht, damit ich jetzt hier alles auseinandernehme. Sehr schön. hab heilig gemacht krieg ich jetzt ein Eidrum? ah, fass sie mal äh, oh, alter oh, alter oh, alter upsala da liefst du ein bisschen runter ich will, dass ich in keine Hülle richtig weiter reingehe sondern einfach nur das, was ich halt so direkt sehe das nehme ich direkt mal mit damit ich mir euch euer gejammer anhören muss ich muss das Eis übersehen dann wird es ein bisschen viel Kohle wenn du fast reichst, gibt es dann Kohle brauchen wir aber auch reichlich oh, vor allem wieder schön viel Kupfer ah, sehr schön, sehr schön ich hätte nie gedacht, dass ich mal so sehr nach Kupfer geiern werde aber, ne ist halt in der Elektronik ein Grundmaterial von daher so so was ist hier? achso, hier ist unser als Lavabecken ich falle die ganzen Tag ich hätte vielleicht noch ein paar mehr Fackeln mitnehmen sollen, ne? so 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 lasse ich doch mal durch hier, was ist denn los? oh oh ja an Verpflegung haben wir jetzt gar nicht gedacht ein Glück gibt es ein Backpack oh Gott ja stimmt, die meisten Sachen ist ja jetzt alles unbekannt haha ähm dann haben wir einfach mal eine Bowl of Sheel mhm 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 sehr sattigend ach Gott, nehmen wir gleich mal mit damit wir später wieder wissen, müssen wir auffüllen mhm 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 oder mhm mhm um mhm 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 g mhm hm Ich bin mal gespannt, wann die erste große Höhle kommt, damit wir sie doch eigentlich mal live finden. Das ist, weswegen wir eigentlich schon unterwegs sind. Uäh. Aber Kupfer zu finden ist natürlich auch eine schöne Sache. Wo war noch Kupfer? Hier war noch ein Funk Kupfer. Jetzt geht die mit euch los. Danke. So, ach da. So, die erste Spielzeit ist abgefertigt. Oh, ein bisschen Gold. Proben wir ja auch öfters mal. Von der über her damit. Also,mania. So, jetzt geht's. So, genug Eisen gefischt. Kupfer! Das war schon, ich dachte, ich hielt die richtige Ader. Und zwei ist schon mehr als eins. Ah, die erste große Höhle, yay! Gut, da können wir jetzt mal richtig los, aha, siehst du, hier haben wir schon Dreckblei. Wir brauchen definitiv mehr Fackeln. Habe ich dann zufällig Fackeln mitgenommen? Nee, gar nicht. Gut, ich meine, wir haben ein bisschen Kohle, wir haben Baumstämme, wir könnten also ein paar Fackeln machen, aber wie gesagt, wir haben ja oben bereits massig Fackeln. Da würde ich lieber die mitnehmen, die wir bereits hier massig haben. Die wir hier in mannigfaltiger, cheerloser... Ach doch, okay, dachte ich war schon. Ah, da waren die Stöcker drin in der Kiste. Das macht ja mal gar keinen Sinn. So, dann machen wir uns gleich mal noch ein paar Fackeln. Wenn wir sie brauchen. Jetzt erst mal kommt ihr hier rein. Oh. So. Beziehungsweise. Warte mal jetzt kurz. Bye-bye. Ich bin jetzt immer gut, umbinden, ne? Kann man jetzt die Dinger reinschmeißen. So, mal an. Da. 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 Da war es. 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 Cobblestone. Yeah. So. Aber mehr Bläer ist hier auch nicht. Schade. schade bleich hat wohl immer im video was nie los immer nur so als kleine klüppchen sofort zu kommen und wollte sie wieder aus hier gemacht für den weg nicht kein weg hier gemacht aber den zugebaut aber hier ein loch gelassen bin ich bescheuert achten so ein dreck das macht ja gar keinen sinn fällt doch jemand rein oder hier unten war jemand anderes noch zugange kann natürlich auch sein so blei wo haben wir blei da ist blei kuffer kuffer dunkel war es der tag schien heller und mein fahrer hat eine dalle macht keinen sinn ich weiß was habe ich denn hier damit alles zurück gelassen ist ja schlimm ist das ja kuffer blei kuffer 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 also ich dachte eigentlich uns und ergießt sich hier der blei quasi förmlich aber ich glaube mal viel mehr als ein blog also ein steck kriegen wir hier pro folge zusammen nämlich kuffers kuffer kuffern Hört hier quasi gar nicht mehr auf? Ja doch, hört auf. Wie sieht denn hier unten aus? Also vielleicht scheint doch schon ganz schön als, also doch als, also nicht halt wirklich nur vereinzelt, so wie jetzt irgendwie, ja weiß nicht, also andere halt, sondern wenn es vorkommt, dann sollte man doch schon ein bisschen in die Tiefe graben, bevor es scheinbar doch als Block, also als Ader quasi vorkommt. Gut zu wissen. So, wie viel haben wir mittlerweile? Ah, fast ein Stack. Fast ein Stack. Und von 1 und sogar schon wieder mehr als ein Stack. Haha, geil. Schön. Ja. Aber der nächste Spieltag ist leider schon wieder fast kaputt. Es gibt halt noch so viele gute Materialien, alter Scheiße. Da ist noch mehr, guckt euch mal das an. Ja. Holy shit. So. Blei, Blei, Blei. Ne. Das hat doch so irgendwie so aus wie Blei. Aber immerhin Kupfer. Aber immerhin Kupfer. Noch mehr Kupfer? Ne, jetzt nur Eisen. Ah doch, bisschen Kupfer, bisschen Blei. Sehr schön. Und massig Eisen. Holy shit. Ich glaube mal echt für Kupfer, äh, für Eisen und für Kohle können wir echt eine extra Kiste aufmachen. Das ist ja hier. Oder auch anfangen davon große Teile mal ins Lager zu bringen oder sowas. Weil Kupfer und Eisen aber echt schon massig. So, nächstes wird Tackle-Faff kaputt. Ne, so wie es hier gerade mit Eisen läuft. So dachte ich eigentlich, dass es hier bei Kupfer läuft. Also dass wir massig Kupf, äh, Mann, nicht Kupfer. Hier, äh, Blei finden. Aber irgendwie leider doch nicht. Ich meine, es kommt relativ häufig vor. Aber halt nicht sehr massenhaft, sondern immer nur in kleinen, in klein überschaubaren Mengen. Licht, danke. Licht, danke. Licht, danke. Wo bin ich jetzt hier? Oh, ich bin schon wieder rausgeploppt. Haha, lol. Na gut, da haben wir es auch da gelassen, gelassen, gelassen. Wie sieht es hier aus? Ah, auch bloß Gold. Ah, Kupfer. Stimmt, in der Nähe von Gold ist auch meistens Kupfer. Und andersrum. Ich weiß gar nicht, ob es in der, in der Realität auch miteinander zusammenhängt. Also ob die Erdschichten halt, ne, ob die bei Materialien quasi verwandt sind. Und von der Beschaffenheit her, äh, von der Beschaffenheit her, ich meine, es ist beides halt Weichmetall. Agiert beides auch fast gleich? Wahrscheinlich, weil es beides Weichmetall ist. Hat es auch da, hat es damit auch chemisch fast die gleichen Eigenschaften. Ist auch beides elektrisch leitend, also ne, so gesehen. Kann es durchaus sein, dass die beiden Metalle durchaus zusammenhängen. Ich glaub mal jeder Chemielehrer würde mich jetzt am liebsten abwürgen. Aber, sorry. Ich bin ITler, kein Chemiker. Ich interessiere mich zwar, zwar so viel manche chemischen Zusammenhänge, aber... Ja. So, wie sieht es aus? Mal noch mit ein bisschen Blei. Also Massen Eisen überall. Sogar weit mehr als ich dachte. Gott. Hatten wir die Höhle hier nicht damals gesucht, weil wir Eisen brauchten? Warum ist denn überall noch Eisen? Oder haben wir damals noch nach was anderem geguckt? Ne, stimmt, wir hatten damals noch Mese geguckt. Ja eben, Mese war das. Aufmerk. Eisen zwar auch, aber nicht primär, sondern eben. So, damit ist die nächste Spitzhacke auch weg. Tja, dann können wir also gleich, äh, quasi... Wieder zurück. Zum einen ein bisschen Nahrung einpacken. Und zum anderen wohl auch unsere Spitzhacke mittlerweile leer sind. Aber wie schnell diese Regenbuchs-Spitzhacke noch sind... Alter, unser Inventant ist einfach schon wieder... Boom! Wir haben schon wieder mehr als zwei Stacks Eisen. Geile Scheiße. Scheint jetzt sogar auch mehr Eisen als Kohle zu geben. Was ist denn hier los? Hallo? Danke. Kupfer! Aber nirgends wo ist Blei. Also, hier an der Oberfläche ist schon mal gar keins. Ich glaube, wir bleiben doch da hinten lieber an den Wänden. Da scheint es mit Blei doch... ...besser zu laufen. Als hier. Hier ist ja gerade kein Blei. So, wie sieht es denn jetzt hier an den Wänden aus mit Blei? Okay. Auch nicht? Sag mal... Ich hätte es echt nicht gedacht, dass Blei so selten ist. Scheiße! Was machen wir denn da jetzt am dümmsten? Ähm... Gucken wir dann hier weiter in der Region? Okay. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal wieder hoch. Und geht der nächste Folge in eine Höhle noch tiefer. Jetzt ist mir hier was essen, bevor ich hier noch... Gänzlich krepiere. So, Kühlschrank. Wie ist denn hier aus? Aha. Hier ist noch ein Stack. Achso, komm. Lass gleich hier mit Taschen. So. Du kommst noch da, du kommst noch da, du kommst noch da, du kommst dann weg. Du kommst noch da, du kommst noch da und du noch da. Und dann... Eingelagert. Sehr schön. So. Das haben wir jetzt zumindest schonmal bei Kupfer, äh, bei, 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 ähm, Eisen und bei hier schon einen Rekord. Wow, Kupfer haben wir jetzt genau zwei Stacks oder was? Ja. Lol. Ähm, ja gut. Was heißt, wir brauchen definitiv noch mehr Kupfer? Ich hoffe, vor allen Dingen halt, ähm, brauchen wir definitiv mehr Blei. So. Ich würde mal sagen, wir machen erstmal unsere Werkzeuge fertig. Gut, braucht das lange. Holy Shit. Ne, das ist die Heile. Ich nehme mal lieber die beiden Kaputten hier. Ja. Ja. So, brauchen wir bloß noch die beiden hier reparieren. Ja. 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 Dann haben wir das auch schonmal geschafft. Achja. Achja. Achso. Äh. Kann ich da offen lassen. Dann haben wir wieder unsere fünf Spitzhacken. Ist so viel besser als jedes Mal hoch zu rennen, wenn das Welt eigentlich schon fast kaputt ist. Denke ich mal. Ja. Ja. Macht schon Sinn. Jutchen. Dann bis zur nächsten Folge. Ich wollte gerade schon wieder Herr Alt F4 drücken. Alter, warum geht das nicht? Bis dann. Mögen. Bibergögen. Bibergögen.